ähm, Rio, Weltmeister, dein großer Auftritt. Das war der Moment, wo ich dich auch das erste Mal so richtig wahr, also ich hab dich vorher schon immer bei Marten wahrgenommen, aber der Moment, wo ich dich dann so richtig wahrgenommen hab, wo ich dann selber zu Hause beim Fernseher saß und Deutschland Argentinien geschlagen hat, das war für mich so der Moment, wo ich dachte, was macht denn jetzt der Ripke da auf dem Feld, weil ich kannte dich irgendwie flüchtig von Marten. Und das hast du mir schon zwei, drei Mal so privat in fortgeschrittener Stunde erzählt, aber im Podcast haben wir da noch nie drüber gesprochen, und ich finde, es ist an der Zeit, dass die Menschheit hat es verdient zu erfahren, wie es überhaupt so kam, dass du Richtung Rio aufgebrochen bist. Okay, werde ich erzählen. Also ich hab von diesem Hockey-Trainer in der Firma gearbeitet, die einen Vertrag mit dem DFB hatten über die Herstellung der Gartenzwerge und Bettwäsche. Das war quasi Lizenzware. Im ersten Stock beim DFB sitzt die Lizenz, die DFB-Wirtschaftsdienste GmbH, und mit denen haben die dann einen Vertrag gemacht und da ich dort das Fotostudio geleitet hab, haben die gesagt, wir geben euch auch Fotos mit. Also die haben quasi mich mitverkauft. Und das fand ich aber natürlich gut, weil auch Bettwäsche, davor hab ich Bettwäsche mit, keine Ahnung, irgendeinem anderen Quatsch fotografiert, und jetzt war es wenigstens Nationalspieler, die da drauf waren. Und das hat dann okay funktioniert, und dann haben die Wirtschaftsdienste wohl damals gesagt, ey, es stehen ja wieder Autogrammkarten und Fotos und was auch immer an. Wollt ihr nicht diesen Fotografen hier benutzen? Die Fotos waren auch okay, aber am Ende war es, glaube ich, eine Entscheidung, weil es auch umsonst war, weil es ja quasi schon bezahlt wurde. Habe ich dann die ersten Autogrammkarten fotografiert und habe quasi dort angefangen, das Bildmaterial für die Nationalmannschaft zu machen. Und das war damals der erste Mensch, der mir da wirklich geholfen hat und der das Intro gemacht hat, heißt Thomas Beheschti und ist auch bis heute einer, der mich sehr, sehr, also einmal die Woche sage ich danke, Thomas. Also ich habe sogar mein Kind als zweiten Namen. Mein Sohn heißt Thomas mit zweiten Namen. Wegen Thomas Beheschti? Ein bisschen auch wegen meinem Vater, der hieß auch Thomas. Aber auch wegen Thomas Beheschti. Ich dachte gerade, das gibt es doch gar nicht. Ja, nein, beides. Das wäre schon verrückt. In Rio stand ich auf dem Rasen und habe genau das zu ihm gesagt. Wenn ich mal einen Sohn kriege, dann werde ich mein Kind nach dir benennen. Also der hat das wirklich klar gemacht. Und Oliver Bierhoff ehrlich gesagt auch. Also der hat auch immer geholfen. Und dann haben wir immer so Autogrammkarten. Das war halt, alle zwei Monate gab es neue Spieler. Wir mussten das machen. Auf dem Weg zu Rio die vier Jahre. Irgendwann habe ich dann auch, so wie ich bei Materia gearbeitet habe, also so kleine Behind-the-Scenes-Fotos, durfte ich dann auch im Trainingslager machen in Südtirol. Da hat es dann gut funktioniert. Und dann auch ein, zwei Spiele. Das war ganz cool so, weil so langsam Instagram wichtiger wurde und die Spieler alle Bock hatten auf so kleine andere Medien. Damals war das alles noch ganz neu. Über was für einen, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber über was für einen Zeitschalt reden wir hier, wenn du sagst, so die ersten Autogrammkarten bis zu erstes Spiel? Vier Jahre. Ich habe vier Jahre mit denen zusammen. Ne, zwei Jahre, stimmt gar nicht. Nach der EM. Dann durfte ich aber nicht mit nach Brasilien. Also ich war nicht der Teamfotograf der ganzen Sache, sondern ich saß zu Hause und war schlecht gelaunt. Und dann hatte ich sehr viel Glück, weil, also so der Verlauf, erst haben die ja nicht so gut gespielt, dann gegen Frankreich, war das erste Spiel, wo sie dann immerhin im Halbfinale war. Da habe ich eine E-Mail geschrieben, die ist auch in diesem Buch, was später rauskam, drin. Die stimmt auch so. Also so ein bisschen darüber, ey, nehmt mich doch bitte mit dazu. Ihr verpasst was gerade. Vielleicht gibt es irgendeine Chance. Wer weiß, was da ist. Und dass wir ein, zwei Fotos festhalten können. Es geht nicht um mich, sondern es ging mir wirklich aus purer Leidenschaft darum, dass ich ja einen Bezug zu vielen Spielern hatte, einen Bezug zur Mannschaft, zum Team, zu den ganzen Betreuern und so weiter. Und dass dadurch ja eine Bildwelt entsteht, die für die eine Erinnerung am Ende ist. Und diese Mail war an Oliver Bierhoff und der hat die dann, da kam es Halbfinale, die haben 7-1 gewonnen, da war ich nicht dabei, sondern die, aber dann war Euphorie groß. Zwei Tage später haben die dann angerufen bei mir und haben dann auch, das war Thomas Berch, die hat angerufen und hat gesagt, ja, hier könnte ich jetzt verarschen, aber hey, komm einfach nach Frankfurt und gehe in einem Family and Friends Flieger. Wir haben dir ein Ticket gebucht und dann gucken wir, was passiert in Rio. Und dann war ich aber auf dem Hip-Hop-Festival mit Materie auf dem Splash und bin dann von dort mit so einem kleinen, mit einer Cessna nach Frankfurt geflogen, bin dann zum Hugo Boss Store im Frankfurter Flughafen und habe versucht, mir das Betreuer-Outfit nachzukaufen, weil ich wusste, was die am nächsten Tag anhaben. Weil ich dachte, ja, wer weiß, was passiert. Und so und ich will jetzt nicht hier im Masi-Fucking-Moto-T-Shirt. Ach, weil du nicht in deinem zerrotzten Festival-Outfit auflaufen wolltest. Genau. Aber wer dich kennt, weiß, du trägst eigentlich nie lange Hosen. Genau, da aber schon. Und sogar so Lackschuhe, so ganz glatte Lackschuhe, das habe ich mir alles gekauft. Hattest du wirklich das Musik? Kann man das googeln? Kann man das YouTube? Das kann man sehen. Findet man das? Dann ist es tatsächlich auch so, also in dem Cessna-Flug gab es ein kleines Malheur. Ich musste pinkeln und da gab es keine Toilette und es waren, ich sage mal so, die Wollweg-Flasche war die einzige Lösung und es gab sehr viel Turbulenzen da drin. Umso mehr. Aber den Rest kannst du dir selbst denken. Bedingt, brauch dich auch eh neue Klamotten. Und auf dem Weg zum Hugo Bostor habe ich Johannes B. Kerner getroffen, mit dem ich gearbeitet habe und der mich dann so ganz herzlich umarmt hat. Ach, es war sehr, sehr unangenehm, muss ich sagen. Es war wirklich nicht schön. Entschuldigung, Johannes, wolltest du das jetzt hier? Weiß er das, dass du dir da... Ja, ich glaube, ich habe es ihm mal erzählt. Und den habe ich vor zwei Monaten getroffen bei Dirk Nowitzki in Dallas. Der hat da was gefilmt, das habe ich fotografiert. Der war sehr nett. Der macht richtig abgefahrene Sachen. Lustige, neue... Da ist gut drauf. JBK. JBK. Aber zurück zum Thema. Dann bin ich nach Rio gegangen, war dann dort mit einer Kamera. Ich habe eine Kamera mitgebracht, der offizielle Auftrag, also das... Jetzt gucken wir mal, was passiert wurde dann zu, wenn wir gewinnen, versuchen wir dich zur Party reinzubringen, sozusagen. Vielleicht klappt es, aber schauen wir mal, was ist. Und ich hatte ein Ticket im Block 417, also ganz oben links, bei Family & Friends, genau neben Johannes Bekerner und unserem Sohn und so weiter. Da, wo alle saßen. Und da bin ich auch hin. Alle, die offiziell eingeladen waren, saßen da. Und hatte meine Kamera, diese Leica, die ja so ein bisschen wie eine alte Kamera aussieht, die habe ich mitgenommen. Also eine Kamera mit einem Objektiv, mit einem 24er, das ist so ein bisschen weitwinklig, muss man sehr nah dran. Und habe halt gedacht, ich nehme die natürlich mit ins Stadion. Bin die ersten zwei Male nicht reingekommen, weil du halt keine Kameras mitnehmen darfst. Und die da schon relativ strikt waren. Und beim dritten Mal habe ich dann eine kleine Notlüge hingelegt und habe gesagt, das wäre die Kamera von meinem toten Vater, der einen halben Film im letzten WM-Finale mit deutscher Beteiligung in Italien fotografiert hat. Und ich muss das jetzt für mich zu Ende fotografieren. Das ist ein bisschen... Creepy. Manchmal muss man ein bisschen viel Einsatz machen. Den Teil kannte ich noch nicht. Aber es hat geklappt. Die hat mich dann durchgelassen und hat gesagt, komm, mach doch. Dann war ich im Stadion und bin relativ schnell, habe mich so reingesneakt, bin dann so runter. Dann konnte der Security einen abholen bei dem einen Ordner. Aber ich war sehr, sehr, sehr viel in Fußballspielen in meinem Leben und laufe immer hin und her. Wenn du so tust, dann kommst du auch in andere Blöcke, wo es nicht da ist. Du musst halt schnell gehen und zwischendrin. Und irgendwann bin ich quasi zu dem Block hinter der Kabine, äh, hinter der Bank, gekommen. Da waren so die, die Funktionäre sitzen da. Da sitzt ein Team von, keine Ahnung, 30 Leuten, von Physios über, Busfahrer über, was auch immer. Alle sitzen da so in einem Block. Alle haben die Klamotten an. Ich habe denen Hallo gesagt. Ich kannte die ja auch sehr gut. Viel mit denen gearbeitet davor. Und bin dann so hingesneakt und habe dann einen Platz gesehen. Reihe eins, Platz eins. Direkt hinter der Bank war so abgetapet mit, mit einer Plastiktüte. Und weil die Führungskamera in Maracaná ist das ein bisschen tiefer. Also man, man will dann Jogi Löw quasi, wenn der sitzt, haben die kein Bild mehr, äh, wenn da jemand sitzt. Das war quasi, da war ein Sitz im Weg zwischen Kamera und Dings. Ah, okay. Da bin ich dann hin, habe die Plastiktüte abgerissen. Drei Minuten vor Einlauf sozusagen. Die sind drumherum alle so, Paul, du kannst hier nicht bleiben. Und ich so, watch me. Wenn ich erst mal hier bin, da gehe ich nicht mehr weg. Und habe mich geduckt und mit Anpfiff bin ich hochgekommen und saß dann so da. Und das ist einer von 400 Glücksmomenten, dass halt ich da nicht sofort rausgeschmissen wurde und sofort irgendjemand gesagt hat, wo ist denn dein Ticket? Aber da saß ich dann und dann war Anpfiff und da war dann auch der Moment, wo ich die Realität verloren habe. Also so für mich, ich meine, das war ein WM-Finale mit deutscher Beteiligung in Maracaná. Ich sitze in Reihe 1, Platz 1. Also wirklich so nah, wie es nur geht. Und Jogi Löw, der dreht sich die ganzen, die ersten 15 Minuten, hat er sich immer umgedreht und hat so zu mir so, die Spiele doch 4-4-3. Müssen wir auf die Flügel auswarten. Und hat immer so gestikulierend mich Sachen gefragt. Ich war aber schon in so einem, hä? Warum fragt er mich jetzt? Ja, okay, soll ich ihm? Und habe so überlegt, bis ich gecheckt habe, dass direkt hinter mir Siegenthaler saß, der Schweizer Taktik-Fuchs. Und ich dann immer so, irgendwann hat mich der Typ, der neben mir saß, hat gesagt, duck dich, ey, der redet nicht mit dir usw. Ich dachte ernsthaft länger, dass er mit mir die Taktik ausspürt, dass ich da nochmal was zu sagen soll. Ach, sorgf. Naja, während dem Spiel habe ich fast keine Fotos gemacht, also nur Einwechslung von Götze und habe halt quasi Speicherkarte und Akku geschont. Es war halt irgendwie klar, ich bin da jetzt nah dran. Und dann war halt zwei Minuten vor Abpfiff, neben der Tatsache, dass, also so, so. Ich habe viel gebetet, obwohl ich null, also null gläubig bin. Aber dann schießt da Mario Götze das Tor und dann Euphorie und dann sind alle quasi über diese Mauer in den Innenbereich gegangen und dadurch, dass ich halt, keine Ahnung, an Nummer acht war, wurde das nicht so richtig kontrolliert, was da passiert. Und dann habe ich mich da reingewieselt und war die letzten drei Minuten vor Abpfiff. Ach, geil. Das heißt, nur ganz kurz, das heißt, deine Uniform quasi, die du anhattest, weil sie die alle getragen haben, hat es die überhaupt erst möglich gemacht, in dem Tross der gleichgekleidung. Ja, aber da kontrolliert natürlich auch niemand, weil das ist ja klar, dass das jetzt das Funktionsteam ist, sozusagen. Und dann saß ich direkt vorm Abpfiff, saß ich direkt neben, also ich war neben Jogi Löw und irgendwann, und ich habe mich so hinter ihn positioniert, was ich ja, ich kann mich ja auch auf einer Bühne bei den Toten Hosen hinter Stars positionieren, weißt du, und so. Und dann dreht er sich irgendwann um und guckt mir so in die Kamera und dann habe ich zwei Fotos gemacht und er hat einfach nicht mehr weggeguckt, weil er, glaube ich, einfach nur irgendeinen Ort brauchte, weil er es nicht mehr ertragen konnte. Das war wirklich so krass, die letzten zwei Minuten. Aber ganz kurz, hast du da keinerlei Scheu gehabt? Also so dieser Moment, dass du dann den da fotografierst, so faszinierend der wahrscheinlich ist, wenn man das Bild dann sieht, ist ja schon irgendwie auch absurd, weil du weißt ja, ich gehöre hier nicht hin, ich darf hier eigentlich nicht sein, dann guckt dich der Bundestrainer an und du machst einfach ein Foto? Ja, aber irgendwie war es ja schon, ich glaube, die Spieler fanden das ganz gut und das Team fand es ganz gut, dass jemand von ihnen da ist. Die haben ja eher, ich glaube, ich bin da näher als ein externer Fotograf sozusagen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber also da war mir schon klar, das ist meine Once-in-a-Lifetime-Chance. Also so besser wird es nicht. Wir führen 1-0, es ist noch eine Minute zu spielen, wenn nicht jetzt, wann dann sozusagen? Also so und dann war Abpfiff und ich bin da hingerannt und bin auch die ganze Zeit ausgerutscht wegen diesen scheiß glatten Schuhen auf dem Rasen und habe mich fast auf die Fresse gelegt. Und es war super schwer zu entscheiden, was ich hatte ja auch eine Kamera, die manuell scharf stellt und es war das einzige Mal in meinem Leben, dass um mich herum, egal in welche Richtung ich geguckt habe, war ja Hochemotionen und dieser eine Moment, für den alle Fotografen träumen, dass wirklich echte Emotionen passieren, dass erwachsenen Männern fangen an zu heulen, die brechen zusammen, die haben den einen, sie haben es geschafft und überall passiert es. Also es ist ja nicht nur ein Spieler, dem das passiert, sondern es ist Team, es sind Leute, es ist alles drumherum und ich habe die ganze Zeit, also ich habe quasi den Auslöser durchgehend gedrückt und habe halt die ganze Zeit versucht und also bis heute ist es so, dass ich eigentlich eine Million Momente gesehen habe, die ich nicht fotografieren konnte und halt nur ein paar davon fotografiert habe und das hat ganz gut funktioniert, war halt ein bisschen ein anderer Look als sonst, weil man ein bisschen näher dran war, deswegen haben diese Emotionen, glaube ich, ganz gut funktioniert. Aber nicht fotografiert, weil du einfach gar nicht mehr nachkamst, weil so viel passiert ist. Nee, es ging technisch nicht. Ich habe in die eine Richtung fotografiert, wo Toni Kroos auf dem Boden liegt und in der anderen Richtung umarmt sich Poldi mit, was auch immer. Das meine ich, da ist so viel um dich herum gewesen, dass du gar nicht überall sein konntest. Und ehrlich gesagt waren auch genau die Leute, waren auch, also wie, also es haben auch, da ging es schon los, dass Spieler mir geholfen haben. Also so Poldi zum Beispiel ist ja jemand, der weiß, okay, hier ist jetzt einer, von dem kriege ich die Fotos danach und der kann jetzt ein Foto von mir machen. Der hat sofort gesagt, komm, wir gehen in die Kurve und dann sind wir da so in die Kurve gerannt und da war halt einer mit so einem Poldi-Banner und so und ich habe also so, die haben schon sehr viel auch mich angesprochen und ich habe ja nicht nur Spieler, sondern vor allem auch Team und Betreuer und für die alle den Moment auch festgehalten und auch das, das hat ganz gut funktioniert, weil ich wirklich versucht habe, alle irgendwie zu fotografieren für die diesen Moment, also meinen Auftrag, den es nicht so richtig gab, sondern ich dachte jetzt, mache ich es auch so, dass jeder da ein Foto am Ende davon hat. Und ich habe mir nach ungefähr, keine Ahnung, zwei Minuten auf dem Rasen, habe ich die Tasche vom Zeugwart mit den Sieger-T-Shirts gesehen und bin sofort hin, ich war der Erste, der das T-Shirt, ich habe mich sofort ausgezogen und habe sofort mir eins dieser, mit den vier Sternen, ab dann ist ja sowieso, wenn quasi, wenn du das anhast, dann ist klar, dass du irgendwie so halb dazukommst. Ich bin auch drei, vier Mal rausgeflogen, also so, aber dann haben immer, keine Ahnung, einmal hat Basti Schweinsteiger gesagt, ja, der gehört zu uns, also so, das passiert natürlich nicht, wenn einer den Pokal in der Hand hat und der Spieler ist und sagt, ja, das ist unserer, dann fliegst du nicht raus, weißt du, also so, da hatte ich sehr, sehr viel Glück, dass das alles so funktioniert ist, wie es auch nur, ja, irgendwie halbwegs, ja, also so, bei der Pokalübergabe hoch, das war schon crazy, also so, da so nah, ich habe halt versucht, ich weiß, das war der Moment, wo ich dich gesehen habe, wo du rückwärts die Treppen runtergelaufen bist, mit der Kamera und hast immer so geguckt und hast aber dann dieses klassische, du fotografierst ja immer nur so aus der Hüfte und gar nicht durch den Sucher schauen, sondern du hast ja schon irgendwie eine sehr einzigartige Art, da irgendwie Bilder zu machen und dann dachte ich immer so, das habe ich wirklich nicht zusammenbekommen, in der größten Euphorie, wir sind Weltmeister geworden, sieht man auf einmal dich und es war so, hä, was macht der denn da? Es war schon auch, also ich hatte tierisch Angst, auf die Fresse zu fliegen und es war auch, also durchgehend, mein Telefon hat ab der Sekunde vom Abpfiff durchgehend geklingelt, also so, warum auch immer jeder, der Meinung war, er ruft mich jetzt an, weil er mich gesehen hat da, ja, weil man, über dich konnte man so nah dabei sein, wie es eben nur ging, jeder, der zu Hause vom Fernseher saß, wollte ja genau das erleben, was du da lebt hast, es ist ja wirklich ein Magic Moment, und wenn man jetzt mal vor zwei Jahren die EM betrachtet, da weißt du auch, was da los gewesen ist, WM betrachtet, Entschuldigung, weißt du auch, wie einzigartig der Moment gewesen ist, den du da hattest? Ey, total, hundertprozentig und das ist natürlich hundert, also ja, einfach Glück, aber der, also ich glaube, der, also meine Freunde sagen mir immer, der Moment, wo sie wirklich vom völligen Glauben abgefallen sind, war als, also die haben den Pokal gekriegt, die haben gefeiert, dann war klar, jetzt muss man runter zum Mannschaftsfoto, ja, und dann wollte Basti Schweinsteiger eben vorgehen, der mich bis heute Materia übrigens nennt, weil er irgendwie das lustig findet, auch meine, ich habe einen Satz, signierte Fotos, steht auch nur für Materia drauf, so, ich glaube, der weiß gar nicht, wer Paul Rippke ist, und auf jeden Fall, hat er da oben und der wollte losgehen und ich hatte aber schon mit den, mit so einem FIFA-Ablauf den gefragt, was passiert als nächstes, weil ich immer versuche, mich vorzuorientieren und wusste halt, dass die den anderen Weg, nicht den Weg, den sie hochgegangen sind, einen anderen Weg runtergehen und dass aber der mit dem Pokal als letztes gehen soll und das habe ich halt zu Basti gesagt und habe gesagt, so, warte kurz, die anderen sollen erstmal runterkommen, mit dem Pokal bleibst du hier oben und gehst als Letzter und das wiederum war so, also, im Fernsehen sieht das glaube ich so aus oder sah es so aus, als ob ich jetzt irgendwie erkläre, wer wann wo wie hingeht, was natürlich komplett bescheuert ist, also so, da haben meine Freunde gesagt, das wäre der Moment, wo sie gedacht haben, der spinnt doch, das ist doch alles nichts, sein Scheißernst und dann haben die und danach war dann auch noch ein guter Gag, da war Adriana Lima und dann, es sind ja immer noch Fußballjungs und dann haben die gesagt, Rippke, Rippke, mach mal Fotobomb, mach mal Fotobomb und dann sind die mit dem Pokal gleich zu Adriana Lima und mit dem Sohn von denen und das war oben direkt neben der Übergabe sozusagen und dann sind wir runter und dann, also, gab es halt riesen Celebrations alles noch und in die Kabine danach und in der Kabine, das, also, so der Anfang der Kabine war halt natürlich ultra krass, weil da ist es so alles von denen abgefallen, wie sie so untereinander, wie, ey, keine Ahnung, Mesut Özil spielt mit den Kindern von Miro Klose noch mal eine Runde Fußball und so weiter, was ich da, das gibt es ja alles auch aus Fotos in diesem Buch, das ist einfach so krass, da dabei zu sein und das, das einfach alles zu sehen und, und da dann dabei, oder wie, Angela Merkel kam dann rein und hat halt eine Rede gehalten und zwar so ganz euphorisch, aber es war auch ein bisschen, ist ja immer noch eine Fußballmannschaft und so und also im Hintergrund haben auch so ein, zwei Leute nochmal Selfies gemacht, also so mit dem Pokal wurden sehr viele Selfies gemacht und sowas und aber so am Ende der Rede von Angela Merkel haben die dann eingestimmt und A&G, A&G, A&G und sie halt so abgefeiert und ganz Dings und Jogi Löw war ganz herzlich und alle waren super herzlich und so weiter, natürlich total ausgelassen und dann hat Gauck auch nochmal den Moment erfasst und hat eine Rede gehalten, auch da nochmal, da hast du schon gemerkt, dass so ein, zwei Leute nicht ganz sicher waren, was sie jetzt singen sollen, so wie bei Happy Birthday, wenn du nicht weißt, wie das Geburtstagskind heißt, weißt du, oder vielleicht lag es auch daran, dass sie nicht wissen, was sie aus Joachim machen sollen, also weißt du, so hä, was machen sie und dann hat aber, ich glaube Thomas Müller relativ, weißt du, die Leute, die dann so ganz forsch und zu laut, um Verantwortung zu übernehmen, haben dann so Präsi, Präsi, Präsi und so.